Dann gnage ich das aufgeweichte außen ab von dem Raffaello. Du bist so krank. Dann bleibt die Waffel übrig, dann halbiere ich diesen Raffaello und dann nehme ich erst diese Nuss raus. Auf der einen Seite ist da diese Mandel drin, die lutsche ich ab. Was bleibt denn dann noch übrig? Und dann diese Waffel mit dieser Creme. Hä, aber wie nimmst du denn diese Nuss aus dieser Creme raus? Die lecke ich so ganz zart. Ich bin gleichzeitig erregt, aber auch angeredet. Ey, ich schwöre es dir, es gibt mindestens zwei Nutter da draußen. Die ist genauso. Zwei. Meldet euch. Ihr habt hier einen Seelenverwandten. Meldet euch einfach. Weißt du, wir machen daraus auch einen Teaser. Leute, wenn ihr Fußnägel kaut oder Deeds für eure Verwandten mit ins Essen mischt oder sowas, dann schreibt es hier einfach mit in die Kommentare. Eure Das-Streichel-Mir-Zäpfchen sind gefragt. Und das präsentieren wir auch im nächsten Podcast, ganz klar. Die Dinger stelle ich vor. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Die Dinger-Mir-Zäpfchen sind. Jetzt geht es wahrscheinlich.